Herzlich willkommen zu den Online-News für den Monat Oktober. Herzlich willkommen bei Channel 21 mit Edwina Eidmann und Ralf Kühler natürlich. Ja, eine ganze Menge ist los im Oktober. Und wo erfahren Sie es? Natürlich hier in den Online-News. Oh ja, die dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen, denn im Oktober, da ist richtig was los bei Channel 21. Und wir geben Ihnen mal einen Überblick, womit wir so durchstarten. Ja, und da fangen wir an mit einem sehr liebenswerten Kollegen. Der sagt immer, also am besten erkläre ich ja selber, was ich in diesem Monat für Sie so alles biete. Da schauen wir doch mal rein, denn das Angebot des Tages hat es richtig in sich von Christian Materne. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin ja jetzt noch gerade ein paar Tage im Urlaub. Aber im Oktober geht es dann wieder richtig weiter, natürlich mit fantastischer Mode aus der Christian Materne Private Collection. Mit sensationellem Schmuck aus meiner Schmucklinie Just Brilliant. Aber ich habe auch zwei ganz besondere Highlights, zu denen ich euch einladen möchte. Nämlich einmal starte ich am 9. Oktober abends um 20 Uhr mit meinem ersten Edelstein-Zauber-Ring als Angebot des Tages. Und ich darf nur verraten, es gibt Tansanit, Opal, Smaragd. Also es wird richtig klasse. Und dann freue ich mich mega. Und zwar am 27. Oktober abends starte ich um 20 Uhr mit meinem größten Retinol-Angebot des Tages aus der Christian Materne Cosmetics aller Zeiten. Es wird zwei Weltpremieren geben, nämlich einmal die Augencreme, auf die alle gewartet haben. Es wird ein straffendes Creme-Gel mit Retinol für die gesamte Körperhaut geben. Natürlich die Creme und ein mega Angebot des Tages. Das Konzentrat in der dreifachen Menge. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Ich erhole mich jetzt noch ein bisschen und auf einen tollen Oktober. Bis bald. Freuen wir uns auf Christian Materne. Ja, aber ich habe noch eine Überraschung. Und zwar, ich habe ja schon die Jacke an. Gucken Sie sich das mal an. Ich wende die mal für Sie. Das ist nämlich ein Fake Fur auf der anderen Seite. Und das ist am 6.10. von Christian Materne. Die habe ich mir jetzt schon geschnappt, damit Sie mal einen ganz kleinen Blick schon mal erhaschen können. Ist das cool oder ist das cool? Moment, da weiß jetzt schon jeder, was es dann erst als Angebot des Tages gibt. Aber nur, wenn man die Online-News guckt. Ja, genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wieder so ein ganz typisches Beispiel dafür. Wenn Sie sich schon oft gefragt haben, ja Mensch, der Dr. Plum, der macht ja eine ganze Menge Ogyma Pro und auch die Gesundheitsberatung bei Dr. Plum bei den Produkten. Gibt es denn da auch mal bald was Neues? Das können wir Ihnen heute verkünden. Denn die Showpremiere Medical Skin Therapy startet auch im Oktober und da dürfen Sie gespannt drauf sein. Und auch hier haben wir gesagt, wer kann besser die medizinische Schönheit erklären als, ja, der Medizinguru schlechthin, Prof. Dr. Herbert Plum. Ja, liebe Kollegen, da kommt wirklich was ganz besonders Aufregendes. Im Oktober startet nämlich ein neues Format von und mit mir. Eine Kosmetik-Serie Medical Skin Therapy by Dr. Med. Herbert Plum heißt die. Und umfassen wird die Kosmetiklinie drei Serien aus innovativen und hochwirksamen Inhaltsstoffen für die Pflege der unterschiedlichen Hauttypen und auch ein Reinigungskonzentrat für die tiefenwirksame Reinigung. Nicht nur für Sie, meine Damen. Auch die Männerwelt wird begeistert sein. Ja, und ich glaube, Herr Prof. Dr. Plum ist immer das beste Beispiel, dass man ja richtig gut noch im älteren Semester aussehen kann. Er verrät ja nie sein Alter. Ich verrate es jetzt auch nicht. 69! Und, Entschuldigung, habe ich das laut gesagt? Nein, ich habe nichts verstanden. Ja, Schönheit kommt ja von innen. Schönheit muss im Gesicht sein. Aber Schönheit ist ja eigentlich ein umfassendes Thema. Das stimmt, das ist ein umfassendes Thema. Und es geht natürlich auch um Ihren Körper. Und wie wäre das, wenn Sie mit richtig viel guter Laune und mit Spaß sich zu Hause bewegen können? Wir haben ein brandneues Angebot, und zwar den Airwalker. Wissen Sie, wer den für Sie ausprobiert hat? Unsere bezaubernde, einzigartige, manchmal verrückte, aber immer gut gelaunte Anna Heesch hat gesagt, den Airwalker, den probiere ich doch mal aus. Und wir gucken mal, was da auf Sie zukommt. Das wird richtig klasse. Ich hätte ja da gerne den Materne gesehen. Herrlich! Gucken Sie sich das an, das geht ja wie von alleine. Unsere Anna Heesch am Telefonieren mit dem Airwalker. Ja, warum? Weil es geht. Ja, natürlich. Also richtig klasse. Einfach von zu Hause schauen. Ah, mit Handyhalterung. Ja, gucken Sie mal, mit guter Laune. Übrigens Kardiotraining, Muskeltraining, das ist der Airwalker. Hui, der hebt ab. Und endlich ist das Geheimnis gelüftet. Anna Heesch hat Tonschuhe. Ja. Das war ja so ein Thema, ob sie wirklich Tonschuhe hat oder nicht. Also, dann feiern wir weiter, denn im Oktober, da jährt sich ein Jahrestag, drei Jahre Body Needs. Und da würden wir Sie gerne zu einladen. Und als wir uns eben vorher besprochen haben, vor den Online-News, da haben wir uns beide angeguckt. Edwina und ich haben gesagt, das gibt es ja gar nicht. Schon drei Jahre. Body Needs, und das bedeutet ja, was ihr Körper braucht. Übrigens am 4.10. um 20 Uhr Anita Valia, das ist die Chef-Designerin auch von Body Needs. Tolle Überraschungen werden dabei sein. 4.10. ab 20 Uhr, dritter Jahrestag, also Happy Birthday Body Needs, was der Körper braucht. Tolle Mode, läuft richtig gut bei uns und schön, dass Sie die so gut für sich annehmen. So, kommt jetzt die Überraschung? Ja, jetzt kommt die Überraschung und zwar, liebe Zuschauer, Sie machen bitte mit, denn wir möchten Sie jetzt einladen. Das heißt, ich bin jetzt mal der Quizmaster. Warum steht das bei mir nicht drauf? Die Quizmasterin, ja, weil du davon nichts weißt. Ach so. Und zwar, ich möchte Sie jetzt gemeinsam mit Ralf einladen und zwar zu einem Quiz. Und das heißt für Sie aufgepasst, Sie müssen jetzt einmal mitraten. Ich rate mit, ich rate mit, ich rate mit. Natürlich auch, auf alle Fälle. Super. Und zwar, wir sehen gleich ein Foto und wer ist das auf diesem Foto? So, erst mal, wer ist das? Guck mal, guck mir das an, sieht ja schon mal ganz sympathisch aus. Und was verkauft dieser Mann? A. Bartpflege. B. Reise nach Tirol. C. Schinkenspezialitäten aus Österreich. Na? A. Bartpflege. Locken wir also mal ein. Bartpflege ist eingeloggt. Schauen wir uns das Ganze an. Was krieg ich? Nix. Schinkenspezialitäten aus Österreich sind es, liebe Zuschauer. Also, das heißt nix. Warnsatz mit X. So, und dieser junge Mann, der kommt zu Ihnen. Und zwar mit den besten Schinkenspezialitäten aus Österreich. Und das gucken wir uns direkt mal an. Ja. Wir haben harte Kinder gehabt. Wir waren fünf Kinder. Der Vater war Holzkneuch, Mutter Sennerin. Ich hab schon früh weggemessen. Wir haben es auch rausgestiftet zu den Bauern. Da war ein wenig am Tisch noch. Wir haben wenig gehabt. Und durch das lernt man die einfachen Dinge dann zu schätzen. Die einfachen Dinge sind doch die besten. Die Speck machen, das ist eine Leidenschaft. Und jetzt mal, wenn du den Stil aufmachst, von der Reche kommen, das ist schon was Feins. Wenn man da so anheizt und der Reche noch hinauf geht, und man riecht noch an den Wengen, gell? Dann kommst du schon da. Ah, das ist schon was Feins. Der Reche. Der Reche. Die Buchen. Die schmeckt man. Ja, die wichtigste Zutat bei euch, was ich mache, ist der Zert. Das können wir gleich gar nicht mehr moderieren. Ne, das sind Wurstspezialitäten. Vom allerfeinsten. Wie die duften. Und wie die schmecken. Saftig. Außen knackig. Das können wir gar nicht mehr sprechen. Wir essen die ja gerade wirklich. Doch. Eins geht noch raus. 100% Fritz. Ich liebe ja Tirol. Ich liebe Österreich. Und genau so muss das schmecken. Herrlich. Wir essen schnell auf. Die behalte ich. Ja. Weil du kannst noch ein bisschen weiter essen. Ja, Gott sei Dank. Gut. Das tue ich auch. Ich nehme dich jetzt mal mit. Ach. Ich nehme die Zuschauer mal mit. Ich stolper jetzt mal ganz schnell auf unsere Internetseite und zeige Ihnen mal, wie Sie sich da für den Newsletter anmelden. Zack. Geht schnell, oder? Ja, und genauso schnell sind Sie ab sofort informiert, wenn Sie unseren neuen Newsletter abonnieren. Geht ganz einfach. Ist kostenlos. Und Sie sind immer informiert über alle Aktionen, über alle Rabatte, über alle Events, über alle Angebote des Tages, über Versandkostenfrei und vieles, vieles mehr. Und das lohnt sich heute ganz besonders. Warum? Verrate ich Ihnen gleich. Zunächst mal, wie geht's? Sie gehen auf die Seite channel21.de und da ist oben eine Rubrik. Ja, wo ist sie denn? Newsletter. Ganz oben am Rand. Da klicken Sie drauf. Jetzt müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann noch einmal ein Häkchen setzen und auf Newsletter abonnieren klicken. Und schon sind Sie bestens informiert. Und wenn Sie das genau jetzt so machen, dann schenken wir Ihnen noch als Willkommensgruß, wenn Sie noch nicht bisher angemeldet waren, 5 Euro. Können Sie gleich bei Ihrem nächsten Einkauf dann eintauschen. Lohnt sich, oder? www.channel21.de Super Seite. Ja, und ein Highlight, das möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Und das ist der Deal Day. Also machen Sie Ihren Deal und zwar immer am 21., Channel 21, immer am 21. des Monats, hier online. Also verpassen Sie es auf gar keinen Fall. Nämlich im Oktober erwartet Sie zum Deal Day dieses Mal 21 Produkte, Versand kostenfrei, hier online also auf keinen Fall verpassen. Es lohnt sich Ihren Deal zu machen. Deal Day online bei Channel 21. Wann nochmal? Immer am? 21. Channel 21, Deal Day, immer am 21. des Monats. Das kann ich mir ganz leicht merken. Und im Oktober, am 21., 21 Produkte, alle versandkostenfrei. Was du alles weißt. Ha! Hast du wohl die Newsletter auch, oder? Natürlich. Siehste? Also der Deal Day, da sind Sie auf jeden Fall dabei. Versandkostenfrei, Mensch. Und 21 Produkte, immer am 21., wo? Bei Channel 21.de. So habe ich mich eingeprägt. So schnell kann ich mir Sachen merken. Sehr gut. Hast du eigentlich Britta schon gesehen? Die ist ja wieder da. Ich freue mich so sehr lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Schön, dass sie wieder da ist. Unsere Britta. Britta Schwalenberg kennen Sie auch als Britta Berthold. Und wenn Sie sagen, Mensch, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, die verrät Ihnen jetzt, wann sie wieder das. Ich bin Britta Schwalenberg. Sie kennen mich, oder? Und wissen Sie, manchmal muss man weggehen, um zurückkehren zu können. Jetzt bin ich wieder da beim Channel 21. Und im Oktober gibt es ein ganz tolles Event. Unsere Schmuckweltreise. Und da werden wir Edelsteine aus Afrika, aus Asien und aus Amerika präsentieren. Und diese Kette, diese Endloskette, 1,60 Meter lang mit über 360 Edelsteine. Die ist in jeder Show dabei. Und präsentiert wird die Schmuckweltreise von Christian Materne und von mir am 29. und 30. Oktober. Ich freue mich sehr, wenn Sie einschalten. Ja, liebe Zuschauer, und wir nehmen Sie auch mit. Und jetzt schnipse ich gleich mal in die Hände und mal schauen, was dann passiert. Dann machst doch du eine Schmuckweltreise. Wir nehmen Sie nämlich jetzt mit. Und zwar nach Afrika, nach Asien, ja, und nach Amerika. Und da kommen ja diese tollen Schmuckstücke her. Und deshalb nehmen wir Sie auf diese Weltreise der erlesenen Schmuckstücke mit. Schauen Sie sich das bitte an. Das ist ja wirklich was Besonderes. Absolut. Oh, hier haben wir zum Beispiel einen wundervollen Opal. Das ist von Christian Materne. Also Edelsteine, die Sie hier auch sehen. Und das ist wirklich, lassen Sie sich da entführen. Das macht einfach Spaß. Tja, aber wir laden Sie natürlich immer weiter ein. Und wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann müssen Sie unbedingt reinschalten. Und wir sagen Danke, denn das wird eine tolle Weltreise. Zack. Da reise ich aber auch mit. Was du alles weißt, toll. Aber was du bestimmt nicht weißt, ich meine, jetzt war der Oktober ja fast schon zu Ende. Wir haben gerade die Vorschau gesehen für Ende Oktober mit der lieben Britta und der Schmuckweltreise. Aber in den November kannst du bestimmt noch nicht gucken, oder? Oh, doch. Warte mal. Du kannst in den November gucken? Ja, ich habe hier zwar keine Glaskugel. Wir hatten ja eben gerade den Globus da. Die Glaskugel habe ich nicht, aber einen kleinen Ausblick machen wir schon in den November. Da steht wieder nichts auf dem Zettelfon. Ja, da wird es aber richtig spannend, denn ab dem 2. November, da kommt sie. Die Kaiserin des deutschen Teleshoppings. Die, 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 die Ricarda? Richtig. Ricarda Manuela Hofmann kommt am 2.11. mit einem Wahnsinns-Event. Schmuck wird dabei sein, alles Premieren. Dann wird Kosmetik dabei sein, alles Premieren. Dann wird Mode dabei sein, alles Premieren. Das wird die Superlative am 2.11. um 20 Uhr. Ricarda Manuela Hofmann. Freuen wir uns drauf. Ja, und jetzt fragen Sie sich natürlich, jetzt sind die Online-News schon wieder dabei. Was machen denn die beiden da im Studio jetzt? Na eins ist klar, wir werden jetzt die Wurst zu Ende essen von 100% Fritz. Werden uns noch ein bisschen auf der Seite umgucken. Sollten Sie auch tun. Und denken Sie daran, nicht die Seite zu verlassen, ohne sich anzumelden für den Newsletter. Denn das lohnt sich ja. Dankeschön, Edwina. Dankeschön, Ralf. Danke, liebe Zuschauer. Bis ganz bald. Tschüss. Und tschüss. Muah. Ist ja nur, bis jetzt mal so ein, bis jetzt mal so? Untertitelung des ZDF, 2020